Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Left 4 Dead 2. Wieder dabei, der Smoker. Jawohl. Und der Roro. Hallö, schön. Und Rochelle ist auch da. Rochelle, Einsatz. Rochelle. Die ist dumm. Einsatz, Rochelle. Die ist dumm. Legt ihr nicht mehr durch. Schießt auf die Zombies. Ach, was stellst du denn neben dir? Ich nehm so, ne? Äh, bamm. Das müssen wir da jetzt mal schaffen. Ja, eigentlich schon. Festhecker! Schöne, oh, ja. Na, du läufst ja erstens so arsch langsam wegen dem Wasser. Ja. Obwohl das noch nicht mal kriegt ist. Dann ist die Sicht immer wieder so scheiße schlecht. Und dann kommt immer dazu, dass die Zombies dich mal aufhalten. Soll ich drücken? Ja, wenn du alles miteinander kombinierst, kommst du da gar nicht mehr voran. Ja, ich drücke. Ich drücke. Auch nicht zu sehr, es geht in der Hose. Na ja, ich bin Kaffee. Ja, ich bin Kaffee. Ja, ich bin Kaffee. Der Tank hier oben, den lassen wir mal liegen für die nächste Bombe. Klar, ich schieße auf den Mixer und unterfällt den Kiefel. Was machst du dort unten, không? mich von dem zombie bearbeiten lassen und nicht zu lange hinkommen wo ich merks jetzt haben wir die dritte weiter dort ist das ist das tut doch sonst diesmal schon jetzt nicht mal die kotzbombe gleich ja ich will nicht ob es eine andere wache schnell nehmen soll oder mein scharf jetzt wieder gleich jetzt würde ich aber nicht runtergehen das war jetzt echt was ich weiß ja ich weiß die kotze hin und du schmeißt die pfeilbombe ich habe hier was dort wird so müsst ihr scheiß aus wollen von hinten wo das boot kommt danach müsste das boot da sein wenn man den weg machen weil ich gehe ich schon mal aufs dach ich muss mich schnell heilen ich auch du bist noch grün aber trotzdem hier ist der maschinen das ist das boot da kommen oder mann aber ist schon das müsste ich mal runter und mani holen ich bringe runter hole mani kommt dann noch eine welle das boot kommt schnell kommt noch ein tag schnell zum boot schnell zum boot na klar ach danke also au alter 114 boot in boot ist da schnell auf boot klasse knappe 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 ja Ja! Ja! Wir haben es geschafft! Oh, Leute! Vor allem, wie ich die Pipebomb zum Ablenken schmeiße und der Tanksmoker genau in Richtung Pipebomb prügelt. Ich hatte nur noch 5 Hopper oder so. Ja, aber die Pipebomb, die uns vor der Nase in die Luft geflogen ist. Aber der Tank hat genauso abgekriegt wie du. 1 Stunde 15 Minuten haben wir verbraucht. 3 Neustarts, ist klar. Oh, 5 Mal tot gewesen. Die Wunderung muss man nicht geschafft haben. Braucht es mal was? Was? Alter, Rohrbomben! Das war aber auch das. 5 Mollis? Na, kann ich jetzt cool. 5 Mollis. Wie fühlt es, ist bitter. Ich mag Rochelle, die klaut nur meine Arbeit. 6 Joggies. Alter, Rochelle. Die meisten Verbündeten wiederbelebt. Hat die meisten Verbündeten beschützt, das halte ich für ein Gerücht so aus dem E-Mail in den Arsch geschossen hat. Oh, die Zombie-Anfälle können die hinkommen. Nichtsicher. Es war nicht so viel. Wir hatten halt... Ja, wir hatten mehr... Die Dämon war halt zu schwer, ne? Ja, wir hatten... Wir hatten mehr Tanks und so alles. Stimmt. Ja. Wir sind bei 6 Minuten. Wollen wir gleich das nächste einleuten? Oh ja. Ja, okay. So fahren wir ja durch. Dann der Nächste! Schnell, der Nächste. Sturm. Der Nächste macht dann wieder mehr Spaß. Die Gemeinde kommt jetzt. Oh ja, das kommt, glaube ich, gut. Oh, das hat auch 5. Mal sehen, wie das ist. Pfander zieht falsch Luft. Ich glaube, das hört sich an. Manchmal dauert das Laden ewig. Manchmal ja. So, ich habe einen vollen Balken. Wie, du bist voll? Ich habe einen vollen Balken, habe ich gesagt. Ja, hört mir zu. Hä, hast du was gesagt? Sag ich doch. Willst du mit mir? Der klaut mir auch Pfannen. Oh, scheiße, das ist das Stück. Ja. Oh, die laden da vor. Ja. Oh, da liegt ja noch mal ein Regenpick. Sag du mal. Oh, Santa. Mit dem Ding, woanders hin. Lade nach. Der ist hoch. Die Bullen sind ja. Ja. Ups. Ach, Mann, dass ich nie über den Rücken schießen muss? Lade nach. Ja. Lade nach. Ach, hier ging es aber drauf. Oder? Nee. Nee. Nö. Lade nach. Ihr müsst mir nicht immer nachlaufen. Gibt's was mit dem Gummi-Knüttel? Lade nach. Lade nach. Wande. Oh, oh. Lade nach. Kriegst mein Gummi-Knüttel. Lade. Danke, Pfannen. Oh, nein. Ich gehe um die Ecke, weißt du. Nein. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Habt ihr gerettet? Lade nach. Aufpassen. Ach, Mann, Sandor, jetzt geht er mal zur Seite. Ich will da auch mal was schießen, ja. Boah, ich will da auch mal was schießen. Das geht's die Lade. Schieß, hier, da, das ist genug. Lade nach. Wo? Oh. Jetzt ein kühles Blondes, das wäre. Hä? Wir waren aber schon mal. Ja, wir sind in die Reise laufen. Hä? Was geht aber, hä? Okay. Äh. In die Richtung, oder? Ach nee, das war hier lang. Hä? Entschuldigung. Was? Wo? Noch ne Pfanne. Irgendwas Großes ist hier in der Nähe. Ich hab's gehört. Ne Bratpfanne. Ja. Tö. Oh, nein, eh mein ich. Ich klipp, das Auto hab nicht erwischt. Das ist scheißegal, wer das gewesen ist. Boah, ich muss nachladen. Jetzt, Glück, Glück. Hilfe! Ah, du Leute, ey. wird das mal auf ich muss mich erst mal muss nachladen mit nahkampfwaffen geht es ganz gut gegen die ja aber wenn dann noch 80.000 zombies dabei sind und ich habe alles machte ich nehme jetzt auch meine ich wurde keine Ahnung ja klar ich kann doch nicht von daher ich wollte jetzt nicht sagen das war es dann schon wieder für diese folge gefallen hat schreibt es hat uns die kommentare dass uns ein Daumen oder ein Abo da vielen Dank und tschüss und tschüss